Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir ein kurzes Update für Google Slides geben, denn die Masterfolien gibt es nicht mehr. Diese wurden umbenannt und mehr dazu erkläre ich dir nach dem Intro. Viel Spaß! Es gab ein Update für Google Slides und die Masterfolien bzw. der Name von den Masterfolien wurde entfernt und umgeändert in den Designbilder. Wenn wir jetzt auf Ansicht klicken im Menü, gibt es nicht mehr den Punkt Masterfolien, sondern nur noch den Designbilder. Und wenn wir da draufklicken, kommen wir in das bekannte Menü von den Masterfolien, wo wir dann unsere Folien bearbeiten können und verschiedene Stile erstellen und Layouts erstellen können, aber natürlich auch unsere ehemals Masterfolie bearbeiten können. Das Ganze heißt jetzt, wie gesagt, Designbilder und befindet sich unter Ansicht und dann Designbilder. Das Ganze finden wir auch unter dem Punkt Folie im Menü und dann den Punkt Design ändern und Design bearbeiten. Heißt jetzt nicht mehr Masterfolie bearbeiten, sondern eben Design bearbeiten und das Ganze wird hier dann eben in das Menü übergehen. Und es nennt sich nun Designbilder und Design bearbeiten, nicht mehr Masterfolie bearbeiten. Warum mache ich jetzt dieses Video dazu? Und zwar kommen diese Woche noch zwei Tutorials über Designs in Google Slides. Die habe ich aber schon erstellt, bevor das Ganze umbenannt wurde und deswegen kommen diese Videos jetzt schon diese Woche und nicht erst später, als ich die eigentlich geplant hatte. Und einfach nur, dass jeder Bescheid weiß, dass das eben nicht mehr Masterfolien heißt, sondern Designbilder. An den Funktionen etc. hat sich nichts geändert. Es wurde einfach nur umbenannt, aber dass es da eben nicht zu Verwirrungen kommt, dass es dann eben auch nicht diese Punkte gibt. Masterfolien bearbeiten hier beispielsweise oder auch Masterfolie ändern etc. Gibt es alles nicht mehr. Das wurde umbenannt und das werde ich auch nochmal bei den neuen zwei Videos unten verlinken und auch bei den alten Videos, die natürlich noch Masterfolien im Titel beinhalten und auch in der Beschreibung. Das werde ich alles noch ändern und kenntlich machen, dass das mittlerweile umbenannt wurde. Und das waren auch schon diese Infos im Video, die ich euch geben wollte. Das war es mit diesem Video. Hast du eine Frage oder Vorschläge, schreib es in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest. Jeden Dienstag und Donnerstag kommt ein neues Video online. Nächste Woche sind es zwei Videos über Google Slides und das Design in Google Slides. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. We gon' have a blast